Ja, kein Problem. Wir sind bereit, Zeit nach unten zu gehen. Oh, das wird spaßig. Schön ballern. Aber das andere ballern. Ich weiß ja nicht, ob das so einfach ist. Aber ich versuch's. Wenn's schief geht, dann bin ich nicht schuld. Los geht's. Remember? Kein Zurück mehr. No Pre-Order. Okay, rein, 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 rein. Ich geh vor. Zum Scanner-Case. Ja, ach stimmt. Ich hab das Infrarot-Bild verstärkt, damit es die Kapillaren auf der Netzhaut des Senators hervorhebt. Die Auflösung sollte reichen. Felix, so ein übelster Nerd. Oh, scheiße. Bitte, Hilfe. Sie kamen während der Schicht wechselnd. Sie kannten unsere Zeitpläne. Fing an zu schießen. War sicher Pantheon. Du hast die Wahl, laut oder leise. Ich geh zur Security und schau, womit wir's zu tun haben. Wenn du drauf losfeuern willst, schätze ich dich. Deine Entscheidung. Ja, wie es mir recht ist. Voreinstliche Situation voraus. Mehrere Ziele. Geiseln. Sei vorsichtig. Ziele im Raum. Zu deiner Linken. Der Schalter-Empfer sollte dir helfen. Ich habe gar keinen Zugriff zum Hauptrecht. Lege nur... Kurz. Zwei ausgeschaltet. Geh links. Vor der feige Büro hängst die Fresse. Feind! Zwei ausgeschaltet links. Geh nach oben. Auf der Stelle würde ich den Hauptraum meiden. Oh, Hauptraum sind sehr viele. Vorsicht, Geis. Bestätigt. Sei kein Held. Fuck. Okay. Geh nach rechts in den Gang. Zweimal Pantheon. Im Raum voraus. Nicht so viel Scheiße im Weg. Du bist umgesinnt. Scheiße. Okay. Mehrere Ziele im Hauptraum. Oh, ich dachte, ich habe die Granate zurückgeschossen. Okay. Dann wird jetzt geballert. Feind in Bewegung. Erleicht Verluste. Aber Verstärkung können sie ja nicht rufen, weil sie sind ja eigentlich nicht von der CRL. Oder? Kein Sichtkontakt. Ich schicke hinter sie. Kraus. Alle Einheiten zu der Position. Ey. Bleib unten. Schicke vor. Ich dachte, die werden gepanzert. Sieht erstmal sicher aus. Oh. Schön, dass du vorrennst. Scheiße. Verbarrikadiert. Such einen Weg drum herum. Ja. Geht also nur hier. Bedienfeld. Gib Zahlen ein und drück die Entriegungstasten, um mögliche Kommunikationen auszuprobieren. Das Entschließungsprotokoll gibt an, ob Zahlen an der richtigen Stelle stehen, ob korrekte Zahlen an der falschen Stelle stehen oder ob sie gar nicht vorkommen. Das Schwarzlicht kann einzelne oder mehrere Fingerabdrücke auf den entsprechenden Tasten hervorreben. Aha. Warte mal. Schwarzlicht. Äh. Ein. Ah ja. Guck mal. Also es gibt eine 4. Es gibt eine 8. Es gibt eine 0. Es gibt eine 9. Und eine 3. Okay. Also auf der 3 wurde anscheinend auch... Was ist mit dem Raum links? Hä? Achso, jetzt hab ich... Guck mal. So. Okay, die 3 ist schon mal nicht. Ähm. 9. 8. 4. Ähm. Was waren die anderen, was hast du nochmal? Ah, die 0. Okay, die 0 ist schon mal richtig. Dann vielleicht 8. 4. 9. 0. Ja, ist richtig. Gut. Ich hab's. Komm mit, Marsha. Such nach möglichen Wegen auf die andere Seite. Wartungsschichte, Lüftung, irgendwas. Wird gemacht. Du, 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 du. Hörst du mich? Ja, da sind wir hier bei... Lagerbericht. Ich hab alles gesichert. Ich höre dich. Wenn du etwas findest, lass es mich verliessen. Die Liste. Echte Namen und Decknamen. Das sind viele. Okay, ich geh erstmal hier raus. Case, hier rüber. Räum den Scheiß weg und lass mich rein. Ja, ja. So. Komm rein. Hier sind sehr viele. Schön, dass Marsha einfach weiterlaufen kann. Aber ich nicht. Okay, ich schätze, das war's mit unauffällig. Hä? Als ob die das alle mitbekommen haben. Ich hab doch einen Scheidämpfer. Hast du sie erwischt? Viel verletzt. Das wird sein. Ey, fahr mal ein bisschen mit. Gut gemacht. Unterwegs. Bin mal wieder unterwegs. Oh. Schick. Gesichert. Gut. Geh mal rein. Schnell, schnell, schnell. Fuck, keine weitere Sicherheits-Tür. Können wir da nur durch. Verdammt viel Tür. Und der Adler ist dahinter. Ja, die kann man nicht einfach sprengen. Felix, die Schlösser gehen auf, wenn wir den Sicherungskasten sprengen? Wenn die Pläne stimmen, dann ja. Weißt du, ob dein Hightech-Spielzeug das hinbekommt? Ich versteh, was wir machen wollen. Zeig für die Bombeaufräder. Geh ich. Ist da noch was anderes drauf? Ich hab einen Kurzstrecken-Taser installiert. Nicht stark, aber er kann Ziele betäuben. Alles sicher. Versteh nicht. Ist das jetzt hier... Geh ich. Da ist der Adler. In der Zelle. Wie lange brauchen die da drin noch? Ist das jetzt wie in Rainbow Six? Aber am Eingang spielt irgendwer den Helden. Der müsste mir fertig werden, bevor ihr noch mehr auftaucht. Okay, dann gehen wir mal rein. Was war alles? Nichts? Alles gut. Vielleicht gibt es Ratten hier unten. Ja genau, Ratten. Hat das jemand gesehen? Alles klar. Der Sicherungskasten ist an der gegenüberliegenden Wand. Rechts neben der Tür. Such nach einem roten Licht. Überprüf das und gib Rückmeldung. Ich kann ja durch die Tische fahren. Oder unter die Tische, eher gesagt. Kannst du mich hören? Ich höre. Statusbericht. Alles okay hier. Das ist nur Einbildung. Du wurdest entdeckt. Gib Gas. Greife an. Komm, ich explodiere doch. Hilf mir mal. Okay, wir haben es geschafft. So. Nein, nicht die Kamera. Er hat kurz die Kamera rausgeholt. Wollte ein paar Fotos schießen. Okay, ich mach auf. Ruhig, Erdler. Wir wollen dich retten. Habe ich Woods wohl erreicht? Er glaubt, dass du es wert bist. Hoffentlich stimmt's. Staff, haben das Paket. Gut. Nichts wieder auf da. Schnell. Wir haben ungeladene Gäste. Toll. Bist du bereit? Jetzt schon. Haha. Wie bad es. Was geht's? Banzian stören Capital Station. Sie sind euch auf den Fersen. Was jetzt? Wir kommen nur durch den Aufzugsschacht raus. Die Verstärkung hundt uns ab. Was zur Hölle ist das? Oh fuck. Was zur Hölle ist das? Pantheon! Eine ihrer Eliteeinheiten. Er wirft Fallen. Was? Eliteeinheit? Okay, warte, warte, warte. Hier sieht alles sicher aus. Oh, das sind Elektrofallen. Oh. Kann ich irgendjemand mit Wurfmesser ausschalten? Versuch's mal. Na, es wird schwierig. Der hält... Der hält ein bisschen mehr aus. Warte. Er ist down. Oh Gott. Ziele im Pausenraum. Pausenraum. Ah. Hier wird keine Pause gemacht, Jungs. Weiter vorrücken. Die sollen mal weiter ballern. Oh Gott. Oh Gott. Sie flüchten. Oh, hier stehen noch welche. Hallo. Wie viele überprüfen. Ja, ich wusste doch nicht, dass du da stehst. Gut. Weiter, weiter, weiter. Kann ich ja übrigens die Ausrüstung ändern? Ist das hier Wurfmesser? Lenkbares Wurfmesser. Oh, das klingt geil. Oh, scheiße. Feinde im Büroraum. Noch mehr große Räume. Alter. Was war das für ein Scharfschütze gerade? Chill-Spiel. Gut, aufpassen. Aufpassen. Ja. Hab ihn. Feinde im Büroraum. Nicht nachlassen. Wissen. Wissen. Du bist ungeschützt. Ja, bleib mal ungeschützt. Geh, nach oben. Ja. Oh, ich hab jetzt Ausrüstung. Nein. Ich idiot. Mann, ich wollte die Granate wegwerfen. Ah, je, je. Ich steh mich heute wieder gut an. Oh, ich sehe nichts. Jetzt ist hier nochmal das lenkbare Wurfmesser ausprobiert. Hä? Habe ich das richtige ausgewählt? Ja doch, das ist doch gerade explodiert. Ah, jetzt. Ja, ja. Ist das schwierig zu lenken. Okay, wir machen es nochmal. Ah, ich musste mal warten, bis das grün ist. Okay, dann machen wir es jetzt erstmal noch nicht. Ja, ist ja gut. Ich muss jetzt kurz aufpassen und reingehen. Perfekt. Oh. Schön von oben kommen. Ach Mann, da will ich mal was anderes ausprobieren und dann klappt das wieder nicht. Warum werde ich denn so gehängt? Ach, Jungs. Oh, das ist jetzt wirklich mein Ding. Der Schömbüro-Raum. Dieser scheiß Büro-Raum. Ausschalten. Das müssen auch immer die großen Räume sein. Ridalgo, du bist ungeschützt. Einer geht in Deckung. Greifer. Position. Quatsch. Sieg. Ah, hier ist ein Sniper. Erleiden Verluste. So soll es auch sein. Schön Verluste erleiden. Position. Verkontakt. Kürzlich warten. Geh. Gut, geh wieder nach unten. Fuck. Ja, Geverson. Ey, hat jemand Munition? Ich habe keine mehr. Hoffentlich ist das Schlimmste hinter uns. Suche Deckung. Oh, ich brauche Munition. Oh, hier gibt es welche. Okay, Granaten. Oh, eine LMG, warte. Jetzt sind wir die hier. Haben wir noch mal eine SMG. So, dann geht's weiter. Geh zur Seite. Oh, verdammt nochmal. In Deckung. Oh, okay. Ich wollte es probieren. Ja, okay. Ach man, wo speichert der denn? Weil jetzt muss ich wieder hier alles aufsammeln. Ach der. Gut. Merken, da kommt ein Juggernaut. Greife ein. Okay, diesmal benutzt man ein Großmesser. Bin getroffen. Unten bleiben, bis die Minigun verstummt. War der Jätze. Und bleibt tot. Okay, er ist tot. Gut gemacht. Die Pantheon-Typen sind mit großen Geschützen hinter dir, Herr Adler. Wie fühlt sich das an? Alter, ich kann nicht fragen. Na, Fortschritt. Durch die Wartungsluke. Ihr zwei zuerst. Ich helfe euch hoch. Ich nehm den mal mit. Der dicke Mann hier. Du zuerst, Adler. Komm schon, Case. Schöne Räuber leider, oder? Nach unten war es leichter. Hier. Das Schlimmste ist geschafft. Vorsicht! Das Schlimmste. Oh, verdammt nochmal. Wo ist Adler? Adler! Adler! Komm, halt dich fest. Meine Güte. Gibt es einen Plan B? Nimm doch mal ab. Nach oben. Wir nehmen nur die Touri-Route. Auf geht's! Was zum Teufel ist die Touri-Route? Du hast vorhin was von Verstärkung gesagt. Wer ist so verrückt, die Nummer hier durchzuziehen? Höchst auf richtige Bürger. Dachte ich mir. Geschenke vom Weihnachtsmann. Kontakt! Was? Geschenke vom Weihnachtsmann? Karmel-Planung! Ja, bringt dir aber nichts. Der hat sich ja schlecht benommen. Okay, weiter geht's, Jungs. Ich bin hier nicht, dass ich große Waffen benutzen muss. Hier die Tanto. Das sind übrigens alles neue Waffen, wollte ich nochmal ehrlich sagen. Nicht wie bei Modern Warfare 3. So, kurz hier durchklettern. Das ist hier wieder ganz eng. Ja, passen wir da durch. Ja, kurz kriechen. Kann man ja so dünn machen wie möglich. Fuck. Alter, verpiss dich mal! Oh! Alter! Einfach das Auge rausgepiekst. Warte mal, wo ist meine Waffe? Warte mal, wo ist meine Waffe? Hey, meine andere Waffe ist weg. Naja, dann holen wir halt eine andere. So, nicht hier lang. Nach hier lang. Vergesst vorne! Jeder uniformierte Schläger in DC wartet auf euch. Versucht den Ostausgang. Könnt ihr frei sein. Wir treffen euch dort. Wir kriegen Gesellschaft! Das ist ja aber die Partysprenger. Dass du sehr willst! Habt ihr die Hand genug Leute geschickt? Hab ein Ziel! Oh, ich geh nach oben. Vorrücken! Oh, ich geh nach oben. Oh, ich geh nach oben. Bleib da hinten dran. Der ist kurz nachland. Minus eins. Ich lade nach. So. Wo sind hier noch welche? Wie ist die Lage? Was glaubst du denn? Mann, ist das ne geile Party hier. Bin gleich da. Ich hoffe, ihr wartet schon auf mich. So, ich lade kurz nach. Ich hab nicht mehr viel Munition. Heutz in Bewegung! Splittergranate, komm! Gut, ich komme mit. So, jetzt aber schnell. Wo sind sie hin? Baldwin! So gut wie raus. Alles gesichert. Ja, und wo jetzt hin? Chef, bereit für Exfiltration. Wann kommst du? Gar nicht. Wir sind überall Kops. Wir können nicht zu euch. Gott verdammt! Vielleicht nehmen wir die Motorzeichen. Habt ihr gesprengte Ketten gesehen? Ja, er hat's nicht geschafft. Wir schon. Wenn wir sie nicht überrumpeln können, fliehen wir. Alter, wie geil. Einfach so, hm? Einfach so. Wie in so einem Actionfilm. Haha. Hast du sowas schon mal gemacht? Nein. Aber ich sehe keine bessere Option. Und mir geht die Munition aus. Bereit machen! Wie heftig. Halte sie mir vom Leid! Ja, warte. Bam, 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 bam. Kreise wieder rein! Ey, das ist wieder so typisch. Black Ops. Aber auch so geil. So geil! Boah, alle sterben hier. Weg, 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 weg. Verbiesslich. Scheiße, spring! Okay. Bin drauf. Ätla! Hier! Spring! Boah, als ob er das geschafft hat. So viel zu unauffällig. Das war's denn wohl für unsere Karrieren. Okay. Hier's Harrow. Es war nicht weh. Troy? Der Angriff erfolgte, bevor wir drin waren. Schnell und effektiv. Herrgott, Troy, redest du von Capital Station? Hier sind alle außer sich. Was war da los, verdammt? Wir haben Adler rausgeholt. Ihr brecht in eine CIA-Blackside ein. Befreit Russell Adler. Seid ihr total verrückt? Warten, was geht hier vor, Jane? Etwas Großes. Adler hatte recht. Die Agency ist kompromittiert. Es war sicher nicht Adler? Die Typen vom Überfall auf die Blackside. Seine Freunde waren das nicht. Was für Typen? Es war das Pantheon. Die gleiche Gruppe, die in Kuwait aus dem Nichts aufgetaucht ist. Sie können nur von jemandem innerhalb der CIA von dieser Blackside erfahren haben. Von jemandem ganz weit oben. Ist das Livingston? Vielleicht so. Hör zu, Troy. Sie schieben den Angriff auf dich. Euch alle. Woods, Case, Adler. Ihr seid auf Interpol's meistgesuchtenliste. Sie werden euch jagen. Ich versteh schon. Ich kann helfen. Nein. Sonst bringen sie dich mit uns in Verbindung. Spar mir den Ritter in schillernder Rüstung, Troy. Du willst helfen? Such weiter. Zuerst bei Livingston. Ich gebe mein Bestes. Danke. Und Jane? Ja? Vertraue niemandem. Eine Belastung? Ernsthaft? Du gehst nie als Delta durch. Dann eine Dolmetscherin. Du sprichst nicht mal Arabisch. Ich vergeude nur Zeit. Das hier ist keine Abstimmung. Du bleibst zurück. Zusammen mit Felix und Woods. Gut. Wenn du dir sicher bist, werde ich hier nicht nur rumsitzen. Ich gehe das. Lass sie gehen. Weiter geht's. Adler hat Alawi nicht mehr gesagt. Bevor du ihn exekutiert hast. Das ist meine Welt, Marshal. Werd schnell erwachsen. Ich höre. Alawi wusste von Pantheons Präsenz im Irak als Teil eines Technologieaustauschs mit Saddam. Pantheon kriegt Schutz und Einrichtungen. Hussein Zugang zu einer experimentellen Waffe. Aber Alawi wusste nicht, was für eine... Nein. Nur wie sie genannt wird. Die Wiege. Die Wiege. Die Wiege. Und jetzt ist sie im Irak. Vermutlich. Laut Alawi ist sie auf dem Weg zu einem abgelegenen Palast. Eine Demonstration findet im Bunker unterhalb statt. Hussein ist ein Weltklasse-Sammler von Palästen. Allein auf dieser Karte sind es mehrere. Alawi war sicher, welcher es ist? Ja. Dieser hier. Schauen wir ihn uns an. Wir finalisieren die Pläne und machen uns auf den Weg. Wegtreten. Die nehme ich. Hab ich dir mitgebracht. Tierlich. Du rauchst so einen Scheiß sonst nicht. So musst du dich nicht umgewöhnen. Nun, das ist die richtige Zeit, geizig zu sein. Ich mag die beiden. Ja. Hör zu. Ich verstehe, auf deine ganz eigene Erdlerart hast du uns hier eingeladen. Vielleicht hast du ja Heimrecht. Ist mir aber ziemlich egal. Komm zum Punkt. Was mir wichtig ist und was du verstehen musst, das hier ist mein Team. Du brauchst uns mehr als wir dich. Klar. Wir haben dich aus dieser Blackside geholt und ich kann dich auch wieder zurückschicken. Am Ende bist du ein Fremder für mich. Ich kenne nur deinen Ruf und der ist nicht rosig, Erdler. Du musst mir nicht vertrauen, Marshal. Aber es ist vielleicht das Beste für dich und dein Team. Das beurteile ich. Oh, ein Wettbewerb. Aufregend. Brauchen wir ein Lineal? Übrigens, Erdler, ich warte noch auf mein Geld. Ich hatte oben was für dich auf Halder, aber es scheint, dass ich im Urlaub ausgeraubt wurde. Ja, das hast du uns geliehen. Wolltest du dir noch sagen? Überraschung. Ich finde, wir beide sollten etwas Zeit miteinander verbringen. Die sollten wir haben im Irak. Genau mein Gedanke. Das klingt doch super. Hoffentlich verträgt sich hier jeder. Na ja, Felix. Oh, das kann ich da oben machen. Da muss ich erstmal hier reinkommen. Na ja. Äh, können wir ein paar Upgrades wieder machen? Nö, aber wir können ja mal gucken, ob ich mir irgendeinen Perk kaufen kann. Ich habe genug für einen Perk. Gucken wir mal. Äh, hütti denn deine Gesundheit? Oh, das klingt gut. Mehr Gesundheit. Das nehme ich doch mit. Gut. Dann würde ich sagen, dass wir in der nächsten Folge weitermachen. Hier bei COD Blackgob 6. Ich hoffe, es hat uns gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.